Wird scharf jetzt. Prima. Der Räuberth aber auch alles hier. Das geben wir jetzt mal der Steli. Du bist auch schön mit deinen Ballis. Simba! Hier Simba! Hier Simba! Hier Simba! Simba! Ja! Ihr kriegt schon noch. Ich komm schon mit. Wir wollen ja auf keinen Fall riskieren, dass hier irgendjemand verhungern könnte. Ach! Wegen der Fliegen decke ich das immer ab. So. Hier. Ja, ja! Ich tu dir auch was Leckeres drauf. Keine Angst. Moment. Ja. Moment. Ja Simba. Ja hier. Ja guck, riech. Ja riech. Ja komm, tu ich dir hier drauf streuseln. Ja. So bitteschön. Da tu ich immer das tolle Futter von der Petra rein. Von Ablass. Ne? Dann mögt ihr auch das eingeweichte Futter da drunter, ne? Mit trocken Brekkis anlocken. Warte, da ist eine Klette drin. Das ist jetzt wieder die... Ja, ist mir klar, dass du nicht genug hast, ne? Oh, die Welt ist grausam, ne? Ja. Du kriegst gleich auch lecker. Pastentütchen, ne? Hast du dein Leckerli draußen stich gelassen? Ja, dann wird es jetzt wohl nicht mehr dort sein. Weil es eine kleine Stella Maus jetzt hat, ne? Ja. Hast du die schnell geholt, ne? Hier Schnuggi, dann komm mit. Ich tu euch eben so die Kletten hier weg, ja. Komm Schnuggi, Schnuggi, Schnuggi. Ne, wem hat die das denn gemopst, das hier vom Schnauz hier liegt noch hier? Warte Schnuggi, warte, hier ist dein Tütchen. Ja. Bitte schön. Ja, du hast hier. Ne? Das ist wirklich nur die Stella, die so extrem futterneidisch ist, was ich gar nicht verstehe. Ich hab die vom Kleinen auf. Ja. Hast du schon eingeatmet, ne? Ja. Das ist mit Malt drin, ne? Hm? Und deine Euglands müssen wir gleich wieder sauber machen. Bei Simba und bei ihm müssen wir immer die Euglands sauber machen. Typisch Mann, ne? Typisch Mann, ne? Ne? Ihr lasst euch lieber putzen, als sich selber zu putzen, ne? Hm? Hä? Räuber? Ja. Apul Paulinchen hat auch immer so ein bisschen Schlaf in den Augen. Lässt sie sich aber mittlerweile wegmachen, ne? Ohne, dass ich anschließend Beterdiene brauche. Hä? Und du hast dich in der Zeit mal eben angeschlichen, ne? Ja. Und angeschmust, ne? Und angeschmust, ne? Ja. Da. Hm? 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 Mein schöner alter Hundeopi, ne? Du bist super. Du bist super. Und der kleine ist happy. Hm? Der braucht für sowas natürlich sehr lang. Hm? Schnucki, schnuck, schnuck? Ja, schnuck auf.